So, das war die letzte Trainings-Einheit heute und dann geht es ab nach Braunschweig. Vor Ecken gemacht, noch nicht viel gemacht, aber die Jungs sind ja voll motiviert. Nach dem grandiosen Sieg gegen Osterbrück muss das Ding weitergehen, muss vergoldet werden und nichts anderes. Unser Boris kommt auch. Ich hoffe, dass er bald nochmal schafft. Wohl, mein Jung. Alles gut. Unsere junge Fraktion kommt nochmal hier, logisch. Jetzt geht das los hier. Das ist junge Leute, so wollen wir das sehen. Hier wird es spaßvoll sein. So ist er. Darby, Mama, Baggi, alle dabei. Schöne Wochenende, Regen. Alles Gute. So, dann machen wir mal langsam das Schloss. Alle sind an Wahlen, noch ein paar Stöck. So, hier machen wir das Schloss. Peter, haben wir Feierabend jetzt und jetzt geht es auf die Kau. Tschüssi.